Weil da liegt so viel Geld drin. Da ist Heider jetzt oben bei uns. Ja? Ja. Sehen. Wir nehmen das Geld und bringen es bei uns jetzt Lager. Ich bin dafür ein Überwachen da oben. Ich bin dafür ein Überwachen da oben. Ich bin dafür ein Überwachen einfach da oben. Ja, ich habe ihn bekommen hier links. Ich habe ihn ja getötet. Ja, wir kommen hier leider nicht mehr weg ohne an unten zu gehen. Ja, ich finde die andere Seite schön. Außerdem liegt hier mein Geld. Ich bring's schnell zu unserem Tresor mal das Geld. Ja, ich habe voll Geld. Ich habe gerade unten das Geld mitgenommen. Okay. Lauf einfach, lauf! Spring! Lauf! Okay, die Hälfte der Strecke hätte ich. Ich bin schon in unserem Parkhaus. Da! Voll! Geldlieferung. Hey! An der Garage! Geld? Äh, wo werden wir hier, Herr Gott, geschossen? Ach, da vorne wieder. Ey, wer brauchen was? Wozäule bin ich gerade abgesprungen? Ah, warum falle ich überall runter? Guckt hier niemand mehr? Ne, gut. Alter, wenn man die Map kennt, macht das ja echt Spaß. Ja, das ist gut, wenn man die Map kennt. Ey, du bist doch noch besser. Ja, klar bin ich besser, Alter. Wenn ich weiß, wo die halt rocken. Wo bist du? Ah, da bist du. Ich bin hinter dir. Ja. Vor allem kann ich hier halt auch den Mechaniker spüren. Das ist einfach meine beste Position im Hardline. Ich will jemanden Baseball schlägern! Ja! Ja! Lass uns mal wieder in die gegnerische Base gehen, Alter. Die haben 216.000, die führen. Oh, ja. Oh, ich wette, da werden wir nicht die einzigen sein. Hände hinter den Kopf! Hm. Äh, kommst du mal bitte? Hier sind nette Herren, die sich mit mir unterhalten wollen. Ich bin auf dem Weg, aber ich schaff's nicht bis dahin. Ich bin in so einer Gruppe verreckt. Oh, geil. Okay, ich hab auf jeden Fall... In einer was? Ja, in einer dieser Röhren da. Ich bin tot. Scheiße. Äh, ich fahr mit dem Aufzug hoch und spring dann irgendwann runter. Ja, ich hab genauso viele Tode, wie du killst. Ja, cool. Launch-Ebene. Ich bin bei dir. Wir gehen hoch und springen runter zu deren Dings da, ne? Und wo ist der ihr Dings da? Nein! Oh, dieser Panzerfrau-Finger. Oh, dieser Panzerfrau-Finger. Stahl-Gewüter, alter. Wer nutzt sich denn bitte so? Ha, ha. Ja, lass mich bei dir spawnen, lass mich bei dir spawnen, lass mich bei dir spawnen, lass mich bei dir spawnen! Ich bin tot. Ja, toll. Ich wollte unbedingt die RPG nehmen und hab deswegen nicht immer auf meine Umgebung geguckt. Tut mir leid, war mein Fehler. Ja. Ne Belskis. Nein! Komm nicht! Nein! 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 Ich hab immer de-spawn das Hubschrauber-Frag hinter mir und Raptilex tötet mich. Weil er dahinter stand. Und ich nicht wusste, dass er dahinter stand. Äh, ich bin jetzt bei den Gegnern wieder. Ich bin bei dir. Mann am Boden! In der Hole! Mann am Boden! Was? 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 Hä, ich komm doch von rechts! Wie kann da auf einmal ein Gegner sein? Bleib einfach am Leben. Äh. Okay? Bitte. Ähm. Achtung, ja, ich weiß wo du bist und ich weiß, dass da oben ein Spass die hockt. Weißt auch, dass wir jetzt zwei Brandgranaten haben, ne? Ja! Brandgranate kommt! Und jetzt hat er da oben auf. So, und jetzt verpissen wir uns. Ja, und wir haben hier was. Auch einer. Da kommt jetzt einer. Bist du noch am Leben? Ja, nein! Ja. Er hat noch neun Leben. Mehr konnte ich leider nicht machen. Ich hatte ja auch noch 26. Ja, wir können auf einem Heli spawnen und abspringen und sterben. Da ist ein Schadenschütze! Töte ihn! Dann haben sie mir mal einer vom Eis! Okay. Hey! Wo sind wir? Hä? Ah, wir sind falsch. Hier links wird es rüber. Ich lege gerade. Schadenschütze! Äh, la 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 la. Such grad den Ausgang. Ich bin gleich wieder bei dir. Was? Hä? Hä? Mit... Was? Ich wurde mit einem Einsatzschild getötet? Ja, cool. So muss das laufen. Wie geht das denn? Ach, ist das wie eine Nahkampfwaffe oder was? Vermutlich. Lass mich raten. Er hat dir einfach das Schild bei dir. Scheinbar. Äh, lol hinter und... Ja, anscheinend ein paar der Typ mit dem Einsatzschild. Warum läufst du da einfach durch? Da wollte ich auch nicht hin. Also nicht zwingend. Wir nehmen den Polizeiwagen, oder? Lass mich fahren. Nee, dann steck gerne. Wo... Wo... Wollen wir hin? Äh, zum YouTube-Base, natürlich. Na ja. Den, den hintereingang, den ganz normalen? Ja, den hinteren, den wir normalerweise immer nehmen. Hat sich nicht mal. Ich hatte nicht vor, damit. Raus! Also gut. Boah! 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 Stehlen wir? Gut, direkt, direkt klauen. Ne, nein! Hinter uns! Okay! Scheiße! Ah, okay! Ja, klar. Vor vorne kommt der auch. Ich hätte drinnen bleiben sollen. Ne, ich meinte den vorne, ja. Den hinten habe ich nicht gesehen. Der hat mich auch getötet. Woop! 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 SUV! SUV! Ja! Ja! Jawoll! So, wärme ich das mal. Warum ringt den Stuntdriver? Ja, nein, der Stuntdriver. Ja, nein, der Stuntdriver. Der hat schon was. Absehle gesichtet! Ja, da muss ich vorne stehen lassen. Ja! Schieß es ab! Nein! Schieß es ab! Nein! Schieß es ab! Ich brauche Hilfe! Du lebst doch ab! Na! Und wer vom Sniper gekillt! Genau! Ja, der Plan war, dass du oben sitzen bleibst und ich aussteige und es mit meinem Granatwerfer beschieße. Weil ich mache mit einem Schuss 34 Schaden. Du hast du genau eine Sache vergessen. Das Teil ist gepanzert und ich bin darum nicht gepanzert. Ja, ich weiß. Achtung, Panzerwerk. Ja, ähm. Dem weiche ich aus. Ich fahre einfach nicht vorbei. Chill. Scheiße. Hat jetzt auch nur so mehr oder weniger. Ich hasse solche OP-Fahrzeuge. Warum gibt es die? Warum? Das war vorher viel witziger. Ja. Der Hard-Mode Detect-Truck war gut, aber er war nicht so krass gepanzert. Nein. Den konnte man mit Granate wegpowern. Motorrad. Granate, komm! Oh, lol. Okay, so OP ist das Motorrad auch nicht. Aber den Bordstein konnte es noch hochfahren. Absteigen. Oh, ich hänge da. Vorsicht. Ja, links. Links, links, links. Direkt der hängt auf und ab hinter der Ecke. Jetzt, der ist direkt hinter dem ersten Pfosten links. Was? Bleib am Leben. Bleib am Leben. Bleib am Leben. Ach, du lebst ja noch. Ja. Ein Medikin. Okay, okay, okay. Aber nicht mehr lange. Hilfe! Hilfe! Von allen Seiten, ja. Wir kriegen... Wir müssen die bestehlen. Wir verlieren sonst. Scheiße! Nein! Nein! Ja, ich hab's... Ja, ich bin immerhin noch bei denen. Ich bin jetzt in diesem Aufzug da, ne? Komm rein. Äh, wo, wo, wo? Ja, hier. Die Frage ist, ob wir das da unten überleben. Ist mir egal. Wir müssen die bestehlen, Mann. Die haben 410. Safe? Ja, bei mir ja. Noch. Mir auch. Ist nicht laufen. Ich bleib jetzt hier drin. Entdeck mir den Rücken. Ah, da kommt ein Auto. Pass auf. Nein, der Aufzug ist zu. Scheiße! So ein Dreck. Ähm, ich drück mal hoch. Da wurden gerade einige von uns niedergeschossen. Da fühle ich mich nicht mehr sicher. Ne, wir bleiben auf der Seite, oder? Ich fahr hier runter, doof als andere Seite. Okay. Ich guck jetzt nach. Du guckst nach rechts. Gut, safe. Raus. Soweit alles safe. Schnell klauen. Solang das so noch ist. Drei. Drei. Oh, wuff total. Reanimations-Upgrade. Ne, das kann ich noch gar nicht. Gleich kommt einer von hinten. Ja. Habe ihn. Ich habe neun. Da hinten tagt das Ding in Strutt-Teil. Nein! Nein! Mann, Scheiße! Ah! Jetzt warst du noch bis zum Aufzug geschafft. Hast du es geschafft? Ich probiere uns als nächstes, ja. Ich bin oben. Ich probiere uns als nächstes die Zipline zu kaufen. Weil früher haben wir ja auch immer dann extreme. Hm. Ich hab, ähm. Nein! Ich bin fast tot. Ich hab das SUV. Wo bist du? Ich bräuchte jetzt, ich bräuchte jetzt gleich Hilfe beim Tresor. Ich spring jetzt gleich von oben runter. Das finde ich sicher. Aber... Aber ich komm vermutlich nicht eben bei uns an. Also dann da hinten gleich. Vorm Tresor. Oder ist er gerade frei? Wo? Ich bin jetzt bei uns überm Tresor. Also Parkdeck. Ja, da ist alles safe. Level 3. Komm runter. Ich warte mit dem SUV auf dich. Unten. Ganz unten. Ganz unten. Ich bin Level 2 gerade. Ich bin jetzt einfach so, hab das Geld abgegeben. Komm nach ganz unten und steig einfach ins SUV. Ach, ich seh dich. Bist du das? Sehr gut. Ja. Hä? Hast du gerade jemanden überfahren? Warum? Weil ich gerade eine Killhilfe bekommen habe. Ich hab einen mit einer normalen Granate abgeschossen. Ach, und saß dann bei mir im Auto. Ja. Vom Ecke. Bleib hier stehen. Bleib hier stehen. Bleib da genau. Nein, nein, nein. Weiter zurück. Wieder nach nichts. Scheiße. Genau deswegen. Ich hab den Truck zu spät gesehen. Ich bin ausgestiegen, um das Ganze zu überleben. Bleib am Leben. Bleib einfach am Leben. Bitte bleib einfach am Leben. Ja, dann beeil dich mal. Ich bin bei dir. Das ist toll. Ich hab auch einen Mechaniker. Von wo? Wo? Wo steht da noch? Ach so, das war der gleiche. Okay, dann spick. Scheiße. Ach ja, ich wollte die Zipline holen. Ich hol mal die Zipline. Jo. Das gibt uns mehr Entkommenchancen. Kletter, eine Seilrotsche. Kaufen. Zurück zum Beitritt. Ähm. Lass die mobilen Kommandozentrale dahin bringen. Genau, wenn das klappt. Die kann ich schießen. Doch, die kann schon schießen. Und die macht auch mega viel Schaden. Wenn wir die da richtig positionieren und du zwischen rechts und links... Einer rechts und einer links sitzt und wir die in den Eingang stellen. Ist die so OP? Ich sitz links. Ja, dann setz ich mich... Achtung! Rechts, rechts, rechts. Du musst auch rechts wechseln. Da war ein Sniper. Bleib links. Er ist schon lange vorbei. Achtung, vor uns ist der Panzertruck. Ja. Schieß! Den mach ich keinen Schaden. Fahr dran vorbei. Den mach ich keinen Schaden. Wir sind tot. Wir sind so gut wie tot. Raus! Äh. Lol. Genau. Genau. Ich sterb nicht am Panzertruck, aber jemand schießt mich mit der RPG ab. Ich bin am Helikopter gestorben. Ja gut. Aber bisschen Abwechslung muss sein, ne? Mal Heli, mal das. Fahr du das eh so wie ich schieße. Däh, däh, däh. Guck dir mal eine schöne schwarze. Guck mal bitte den Sound auf die Police an hier. Ja. Ob wir das Programm wohl noch finden? Weiter. Ja. Das ist auch gut. Äh. Warum wollen wir hier dann... Weil ich den Scheiß Truck kaputt gemacht habe! Ja! Wir fahren jetzt hier weiter. Ja, fahr da rein. Du lässt die Poller runter. Ich geb dir Deckung. Okay. Ist da noch irgendwo wer? Achtung! Rechts! Fahr mich vor! Äh. Hinten! Irgendwo! Fahr mich irgendwo! Aber nicht hier! Ja, scheiße. Da war nicht mehr viel mitfahren. Die stehen... Mann, die kämpfen ja ihr ganzes Ding zu. Ja, die sind halt am Führen, ne? Ja. So sind die Führung halt, ne? Ist dann immer so ein... Was macht unser Hardnet Detect Truck, Alter? Weiß ich nicht, aber wir könnten ihn mal gebrauchen eigentlich. Polizeiwarm! Nur? Ach, puh! Mach mal, wuf. Punkt, das istАu, das geht mit den Teil nicht! Das geht nicht mit den Teil nichts! Blau-Blau-Dinger. Lass es hier stehen, lass es... Nein, fahr nicht rein. Das war eine Laser-Mine, ich hab die mal beseitigt. Hinter uns! Äh, Reanimation? Wie, was? Reanimation? Wer Reanimation? Hä? Ich drücke akzeptieren, aber es geht nicht. Aha, aha. Wer, wo, wo sind die Gelder? Ja, geradeaus, irgendwo vorne. Direkt. Ah, ich hab sie gefunden. Wir müssen uns Geld schnappen. Komm, Geld! Ja, ich bewache uns gerade hier.